Die Schlaffen waren einst ein stolzes Volk von pionierenden Weltentdeckern. Auf ihrem Heimatplanet Cox erinnert heute nichts mehr an die glorreiche Hochzeit der Schlaffenkultur. Ich brauche den Bericht morgen früh. Ist extrem wichtig. Nee, mach selber. Soll ich dir einen blasen? Nee. Der 100 Meter Lauf nährt sich nach 72 Stunden seinem spannenden Höhepunkt. Der Weltrekord ist in greifbarer Nähe. Johnny, meine internen Lavi heizen sich zu schnell auf. Sie müssen manuell die Kühlung einleiten. Der Knopf dafür befindet sich zu ihrer Rechten. Ach nee. Gregor, Schatz, der Hund muss raus. Kann er ja machen. Ich glaube, wir sind die letzten beiden Schlaffen auf Koks. Na und? Vielleicht sollten wir uns fortpflanzen. Nee, kein Bock. Aber dann sterben die Schlaffen aus. Ja, hab aber Kopfschmerzen. Komm schon, du darfst auch dein Ding in meinen Dong stecken. Nee, viel zu stressig. Nee, viel zu können. Untertitelung des ZDF, 2020